So, da sind wir wieder bei Nosgoth und es ist kein Ligaspiel. Und wisst ihr, warum es kein Ligaspiel ist? Weil ich zum Verrecken nicht reingekommen bin. Die Liga ist ja nur für bestimmte Zeiten freigeschaltet. Wenn ich es mal versucht habe, zur richtigen Zeit, ist kein Spiel entstanden. Und mittlerweile, jetzt wo ich dieses aufnehme, ist die Ligasaison, in Klammern, schon abgelaufen. Schöne Scheiße. Ich bleib mal beim Vanguard. Ich spiele jetzt trotzdem wieder die Klassen vom letzten Mal, auf wenigstens die Map hier. Weil ich da letztes Mal nicht wirklich was zeigen konnte. Also den Täuscher zum Beispiel, der war ja nur kurz in Aktion und der hier eigentlich gar nicht. Von daher hoffe ich, geht das klar. Ist ja nix. Warum bleibt der Typ da hinten? Ist ja komisch. Na, wo bist du? Ah, wie viele haben wir denn davon? Mann, Scheiß hier. Keine Koordination. Mann, 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 Mann. Das sind zwei mindestens von diesem... Ja. Komischen Lackaffen da. Und der? Steht doch die ganze Zeit nur rum. Mein Freund. Good Player. Das wollen wir mal sehen. Sieht für mich bisher stark nach Report aus. Was soll denn das? Ich krieg gar nicht... Ich seh gar nicht, wovon ich's mitkriege. Leute, lass mal safe einen Platz suchen. Also safe geklammert, ne? What? Wo seid ihr denn? Na, das war der Falsche. Der Echt ist schon hochgeklettert. Leute. Von wo krieg ich den Schaden? Ich weiß es nicht. Beim besten Willen. Die anderen schlagen sich auch nicht besser. Also ich bleib jetzt hier. Hier ist ganz gut. Ah, unser Spieler ist ersetzt worden. Das ist ja... Oder? Ja, doch. So, jetzt krieg ich ein bisschen Schaden. Okay, okay, okay. Jetzt krieg ich ein bisschen mehr Schaden. Hallo, wirf doch mal. Yes. Yes. Hau doch nicht ab. Ich will dich doch heilen. Ich muss mich mal heilen. Okay, hat mich ein bisschen erschreckt, muss ich zugeben. Ich würde auch wieder hierbleiben. War schon mal besser getroffen. Nein, muss bei den Kollegen dann. Oh. 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 Komm doch schon. Hallo. Warum löst der nicht aus, das F? Das ist doch zum Kotzen. War schon 190. Der ist ja mal massiv, ne? Oh. 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 Löse das F aus. Yes. Wo bist du? Hallo. Der eine hat mich abgelenkt. Naja, wenigstens jetzt vorne in meinem Team. Schwacher Trost. Das ist aber auch eine Zusammenstellung. Na, komm ran. Okay. Okay. Ich würde da oben wieder. Keine rauf. Na. Oh. Treffer. Oh. Distanz, baby. Ich würde euch gerne heilen, aber ich brauche noch ein bisschen. Yes. Und wieder getroffen. Dann langsam wird's. Nein. Meine Pizza. Nein. Daneben. Hätte ich mal besser den anderen genommen, ne? Ah. Es sind zu viele. Es sind zu viele. Aber zwei. Immerhin. Ja, es passt. Vier habe ich umgebracht. Von neun. Also. Ne? Nice. Ouch. I'll see you. Ob das jetzt so sinnvoll war, hätte ich lieber noch gewartet, hm? Hallo. Es ist ein bisschen blöd, wenn man... Boah. Ich bin verreckt. Wenn man echt, äh, eine limitierte Zahl von Wurfwaffen hat und der Gegner kann einfach melee-mäßig voll rein wämsen, ohne Rücksicht auf Verluste. Ach ja. Komm, mach was so. Ja, jetzt muss uns was einfallen, Mädels. Äh, ich versuche natürlich, sobald es geht, wieder Liga zu spielen. Und, ähm, auch, äh, wieder Capture the Corp, sobald sich das anbietet. Eventuell ist das nachher soweit. Ich muss mal schauen. Wo seid's denn ihr? Oop. Aber eigentlich will ich ja nur hier hin. Und die sind genau da, wo wir waren, okay. Little bit Probleme, mit dem Gleichgewicht hier oben drauf. Ups. Und aus. Ups. Ich werde mich hier melee-mäßig noch zurückhalten. Jetzt aber. Die krieg ich. Und das war's. Und raus. 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 So mag ich das. Was? So schnell? Oh, da hab ich gar nicht drauf geachtet. Mann! Ich hab gedacht, die krieg ich noch, die alle sechs leben. Scheiße. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. So. Ja, das war gut. Das war eine sehr gute Aktion meinerseits. Das war auch eine lange Anreise hier für mich. Boah, muss ich weg. Muss ich weg. Nun komm ich nicht mehr weg. Ach, du Scheiße. Leute. Nicht. Ich dachte, das wären nur zwei. Hab ich mich da verguckt? Waren's doch drei? Und weg, weg. Nein, nein, will ich doch gar nicht. Will ich doch gar nicht. Weg, 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 weg. E. 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 Warum hab ich den jetzt gegrabt? Das wollte ich doch gar nicht. Ach, du Scheiße. Erwischt. Die alte Drecksau. Entschuldigung. Komm weg. Bisschen ärgern immer. Jetzt hab ich natürlich auf die... What? Warum ist der denn verreckt hier? Auf die Exekution verzichtet? Hallo? Hallo? Warum kann ich da nicht rauf? Ah, nein, 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 nein. Ungünstig. Ungünstig. Und da werde ich angeschrieben. Komm, mehr, 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 mehr. Ja, gut. Na, ist ja natürlich nicht viel, ne? Ach, und zu viel sind sie auch noch. Ich muss warten, bis sie angreifen. Hätte ich gesagt. Und dann mich als, äh, in disguise, sozusagen, da reinmischen. Ah, der eine hat gewechselt. Ach, wir sind nur noch drei. Aha, 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 aha. Interessant. Hallo? Weg, 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 weg. I don't wanna die. Obwohl ich ja im Grunde schon... ...schut bin. Boah, ey, ist das ein Team. Ja, geh ran. Auf, auf, auf. Ich sehe zwar nichts, aber muss hier weg. Wenn jetzt so eine scheiß Granate kommt, bin ich geliefert. Ja, ich mache hier wenig Schaden. Aber ich halte mich dafür, auch wenigstens mit dem Sterben, zurück. Yes. Raus. Kann ich mir so eine Leiche holen, oder was? Kann ich. Schlürf. Schlürfi. Ah, jetzt sind wir wieder vier. Ah. Sehr, ist der Rest. Ist der Rest vom Schützenfest. Zacki. Ne, ne. So nicht. Jetzt haben wir ein bisschen was. Geholt. Wo bist du denn hin? Hier bist du hin. Scheiße. Nein. Nein. Hat er gut geschisst. Mann. Wie viel steht es überhaupt? Wie viel steht es überhaupt? Oh. Auch gar nicht so scheiße. Ich hätte mir das jetzt viel schlimmer vorgestellt. Map gucken. Map Awareness hier. Neu. Neues Feature bei mir. Gucken wir mal. Jehu. Der ist gefährlich hier. Bisschen wir rum. Der hat einen Bogen. Und Bogen. Bögen. Tun weh. Schlürf. Weg mal wieder hin. Nochmal, weil es so schön war. Na, komme ich hier nicht rauf? Ach so, war überdacht. Alles klar. Dann kann ich die von hinten natzen vielleicht. That would be nice. Hello. What is your name? Au. Au. Überleben. Das ist die Devise hier. Und wir haben uns rangekämpft. Wir können das Ding nicht mehr gewinnen. Aber wir können geil sein. Und wir können vielleicht die Runde gewinnen. Ja, okay. Das war's. Hiiii. No. Das wollte ich nicht. Hm. Das Problem ist, die Dinger lenken mich auch ab. Woa. Fick, fack, fack. War aber ein ganz guter Stint jetzt hier von mir. Und? 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 Haben wir gewonnen? Yes! Wir haben die zweite Runde wenigstens doch gewonnen. Das ist doch mal... Was? Ne? Dann ist die Versprochene etwas schnellere. Was heißt schnellere? Ja, ich bin jetzt vielleicht ein, zwei Tage vorher dran mit der Nosgoth-Folge. Ich hatte es ja versprochen. Leider nicht die Liga. Die Liga wird kommen, sobald ich's kann. Es wird auch wieder Capture the Body kommen. Und, ähm, ja, ich hoffe, es war diesmal aber ja ein bisschen mehr Action drin als in der letzten Episode. Ich hoffe, das bleibt so. Ich hoffe, ihr findet Nosgoth weiterhin geil und anschauenswert. Und ich hab gewonnen. Ich krieg jetzt... Krieg jetzt was? Ja, ich krieg Blutviehhungen und so'n Scheiß. Cool. Und genau die Sache mit dem, äh, mit der Schmiede steht ja auch noch aus, ne? Ähm, gut. Lass doch einen Daumen nach oben da. Schreib mir drunter, welche Klassen ich spielen soll beim nächsten Mal. Dann tue ich das gerne. Und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Mach's gut.